Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Call of Duty Advanced Warfare. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal kurz ein paar Verbesserungen vor. Wir haben jetzt drei Punkte aktuell, das ist jetzt nicht allzu viel. Dann würde ich sagen, tun wir als nächstes mal Panzerung aufwerten, weil wir in der letzten Folge ja sehr oft gestorben sind. Das war ja nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal die nächste Mission. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wir waren näher dran als jemals zuvor. Vier Jahre hatten wir Hades gejagt, jetzt hatten wir seine Rechte. Der Doktor war der Schlüssel. So, fangen wir nochmal von vorn an. Diese Leute, wer sind sie? Also das denken Sie von mir, ja? Ich bin eine Ratte. Für dich! Ich denke, sie sind, was immer ich ihnen sage. Elona war einmalig. Ex-Speznas, jetzt im Dienst für Atlas. Mal beste Freundin, mal schlimmster Albtraum. Sie war undurchschaubar. Wir haben die Namen. Jetzt sagen Sie mir nur, wann und wo das Meeting ist. Bringen Sie mich um. Ich bin Ethod. Wenn sie dich erst am Wickel hatte. Bitte, Pierre. Helfen Sie mir. Helfen wir einander. Hattest du verloren. Das ist nur eine einzige Quelle. Können wir das überprüfen? Die Infos stimmen. Hades trifft seine Geldgeber in 24 Stunden auf Santorin. Mr. Aynes, die Protokolle für einen Angriff erfordern. Dieser Mann ist verantwortlich für 50.000 Tote, General. Wir greifen an. Eine Operation in fremdem Hoheitsgebiet wäre ein Akt des Krieges, wenn der Kongress nicht zustimmt. Atlas ist ein international anerkanntes Privatunternehmen. Wir brauchen keinen Kongress. Gentlemen, sind wir einsatzbereit? Wir sind Startler, Sir. Auf Ihr Zeichen. Ich will Ihr Team in sechs Stunden vor Ort sehen. Auf wessen Befehl? Auf meinen Befehl! Ein sehr mächtiger Mann. Dieser Kevin Spacey. Gespielt von Jonathan Aynes. Oder andersrum besser gesagt. Kevin Spacey ist natürlich der Schauspieler. Ja und jetzt sind wir anscheinend in Griechenland. So wie es aussieht. Du sollst Hades im Blick halten, nicht mich. Zielperson nähert sich. Markieren. Jetzt du, Mitchell. Die Verbindung ist gut. Suchen wir die Zielperson. Signale scannen. Du musst für den Scan ranzoomen. KVA-Signal suchen. So kommen wir dann in den Unterschlupf. KVA-Signal ist ganz nah. KVA-Signal ist ganz nah. Ja. Zider Denan. KVA-Signal ist ganz nah. Hier ist er nicht. Umschalten auf andere Kamera. Da, sieh dir den an. Wir verlieren ihn, Mitchell. Nicht KVA. Versuch's bei dem. Die Zeit rennt uns davon. Eindeutig ein KVA-Signal. Das ist die Zielperson. Das ist unser Weg hinein. Bravo unterwegs. Team, ich muss euch wohl nicht daran erinnern, wie wichtig diese Mission ist. ADES ist verantwortlich für die nuklearen Angriffe vor vier Jahren. Wenn wir ihn erwischen, fällt die gesamte KVA in sich zusammen. Wir dürfen keine Fehler machen. Bringt das zu Ende. Unauffällig verfolgen. Und dann ausschalten. Ja, ich will mir hier nur mal kurz eine Tomate holen. Eine Zucchini. Oder ein paar Pfirsiche. Ja. Kannst du mal bitte warten, hä? Mein Gott, hat die ist wieder eilig. Oh ja. Ist nicht so wichtig. Schlaf gut. Gut gemacht. Waffen bereit. Bravo hat die Schlüsselkarte. Alpha, aufgepasst. Bravo ist auf Position. Roger. Moment, markiere Ziele. ... und werden sich jede Viertelstunde melden. Patrouille, nimm ihn. Zwei im nächsten Raum. ... auf jeder Ebene und auf dem Parkplatz A, hier und hier. Nach dem Treffen werden ein gepanzerter Geländewagen und zwei weitere Fahrzeuge aus der südlichen Garage Richtung Halterstelle fahren. Dort wartet seine Yacht am unteren Dock. Danke für die Infos, Jungs. ... oben. Ach soo. Mein Gott. Also gibt's nicht mal eine Mission, wo man nicht... ...verkackt. Ist doch nicht normal. Warte, bis sie fertig sind. Warte, bis sie fertig sind. Niemand wird das Treffen stören. Das will ich hoffen. Sonst kriegen sie's mit mir zu tun. Verstanden. Hades Ende. ... ausschalten. Prophet, Unterschlupf gesichert. Nehmen das Tagungszentrum ins Visier. Verstanden, Bravo. Alpha, Phase zwei kann beginnen. Verstanden. Alpha lädt den Frog. Mitchell, in den Exo-Anzug. Ich setz die Wasp zusammen. Umziehen. Prophet, Wasp ist startklar. Alpha, Alpha, bereit. Verstanden. Bereit machen für Warnen. Nimm die Drohne, Mitchell. Ich belausche Hades treffen. Wasp in der Luft. 200 Meter bis zum Ziel. Konferenzraum ranzoomen. Da ist Hades. Schade, dass wir ihn nicht gleich umnieten können. Warte, Ilona. Wie ist die Infos beschaffen? Alphas Truck nähert sich dem Tor. Alpha, warte da. Die Wasp gibt den Startschuss. Lass die Wachen rankommen. Und dann erledige sie. Hey, du. Du kannst hier nicht parken. Mach schnell. Ist es nicht die 14? Wir haben deine Lieferung. Diese Straße ist gesperrt. Sie leiten. Aber wir haben eine Lieferung. Ist mir egal. Schaff den Wagen weg, sonst tun wir's. War sowieso ein langweiliges Gespräch. Alpha ist startklar. Mitchell, ich gebe die Ziele vor. Knall die zwei Wachposten ab. Dimitri, ist das Fahrzeug weg? Alpha, rein da. Hofgesichert. Alpha, warte. Da ist einer an dir dran. Schau, geil, so ne Drohne. Gideon hat Probleme. Jetzt nicht mehr. Danke für die Hilfe. Gesichert. Alpha, weiter jetzt. Mitchell, zwei ausschalten. Alpha räumt auf. Pool gesichert. Alpha unterwegs. Alpha in Position. Platziere Stummladung. Verstanden, Alpha. Mitchell, du musst die Glasfront des Atriums abdecken. Mitchell, bring die Wasp zur Glasfront des Gebäudes. Stummladung bereit. Die Ladung reicht nicht weit. Es muss schnell gehen. Du hast dir zu viel Zeit gelassen. Das muss schneller gehen. Atrium gesichert. An alle Stationen. Achtung. Hades scheint mit dem Treffen zu beginnen. Roger Prophet. Hau rein, Alten. Ross bist aufgeflogen. Mission abbrechen. Ich wiederhole. Abbrechen. Mein Gott, hey. Das ist doch nicht normal. Ja, ist ja gut. Das muss schneller gehen. Atrium gesichert. An alle Stationen. Achtung. Hades scheint mit dem Treffen zu beginnen. Roger Prophet. Hau rein, Alpha. Es darf auf keinen Fall schief gehen. Verstanden. Knall die zwei Oben an der Treppe ab. Abschuss bestätigt. Die Tür muss frei sein, damit Alpha rein kann. Lös einen Fahrzeugalarm aus. Mitchell, einen Fahrzeugalarm. Schau dir mal nach. Die KVA geht hin. Mit der Wasp die drei auf dem Weg zum Wagen ausschalten. Hier ist nichts. Tu es, Mitchell. Treppe gesichert. Warte auf Wasp. Gesichert. Alpha rückt zum Angriffspunkt. Mitchell, Sicht auf das Treffen richten. Hades anvisieren. Alle Teams bereit machen für Angriff. Mitchell, bewegt die Wasp und wir siere Hades treffen an. Auf mein Zeichen warten. Ich habe sie immer in meiner Mehe. Sie schützt uns. Kontaktieren Sie ihn für eine weitere Zahlung. Ich gebe Ihnen zwei Tage. Das reicht. Wasp schießen. Schießen. Kades getroffen. Alpha, Abschuss bestätigen. Scheiße, eine Bombe. Raus hier, raus hier. Scheiße. Alpha, Bericht. Das Double hat eine Bombe getragen. Haben einen verloren. Wiederhole, einen verloren. Ich habe die Frequenz des Zünders. Verfolge sie zur Quelle zurück. Achtung, KVA greift an. Warte, wir brauchen Feuerschutz. An alle Stationen. KVA im Anmarsch. Wir brauchen Feuerschutz. Na los, Mitchell. Ich suche noch die Quelle. Wir können nicht bleiben, Ilona. Der echte Hades ist nicht weit, Gideon. Wir müssen ihn kriegen. Mein Gott, ich verstehe es nicht. An alle Team. Truck verlässt das südliche Parkhaus. Es ist Hades. Hades ist unterwegs. Scheiße, die KVA hat Boden gestartet. Was ist da los? Alpha, kommen. Alle Teams, verfolgt Hades. Verfolgt Hades. Habe sich Kontakt verloren. Gideon. Gideon, wenn du mich hörst. Volk Hades. Scheiße. Nicht sie weg hier. Mitchell, die Treppe runter und hinten raus. Wir müssen Hades abfangen. Bravo. Die KVA hat die Position eingekreift. Verdammte Axt, die haben uns total verarscht. Das war natürlich nicht Hades. Oh, ich weiß nicht. Merkfeuer! Ausschalten! Sanitäter! Sanitäter! Hierher! Hier lang! Komm! Wir nehmen den Weg durch die Gassen! Bravo! KVA nähert sich! Zivilisten in Gefahr! Aus dem Weg! Geht rein und bleibt da! Pass auf Zivilisten aus! Ein-Ener-Ambich! Ziel ausgeschaltet! Feindliche Seiten vorraus! Kontakt! Elf Ruh! Kontakt auf dem Balkon! Zwölf Ruh! Ziel ausgeschaltet! KVA kommt! Sanitäter! Sanitäter! Hierher! Werfe eine Grenze! KVA auf dem Balkon! Kontakt! Die Ruh! Beide auf dem Balkon! Zivilisten! Vor! Sie hauen ab! Alpha! Wir haben Interferenzen! Wie ist die Lage? Hier wimmelt es von KVA-Einheiten! Kümmert ihr euch um Hades! Verstanden! Beide auf dem Balkon! Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Kontakt! Zehn Uhr! Kontakt oberhalb! Kanate! Leider erwischt! Kontakt! Neun Uhr! Kontakt! Für! Erdgeschlossen! Kontakt! Einfuss! Kontakt! Auf dem Balkon! Wer ist die Lage? Alone! Was ist die Lage? KVA-Einheiten! T trongferen! Wir haben hier welche Verlust! Tippt! P 여러분들! Kontakt! Kontakt! Zivilisten! KVA! Friesen! Kontakt! KVA! Kontakt! Ziel οB! T trongkrio! KVA! T trongkrio! Einer erwischt! Feinde! Einer erwischt! Fokal! Drei Mord! Feinde von links! Ziel ausgeschaltet! Raketen! Ausschalten! Ziel ausgeschaltet! Einer erwischt! Fokal! Letzte Schossfenster! Schmerzen! Grrrrr. Mann! Ziel ausgeschaltet! Ziele ausgeschaltet! Verdeckον! Ausschalten! Feindkopf! Zeit! Schmerzen! K.P.A. Das ist super, ich bin wieder halb tot. Das ist super, ich bin wieder halb tot, ich bin wieder halb tot. Weg damit. An alle Stationen, Hades Konvoi ist unterwegs nach Süden. Kontakt beim Glockenturm auf. Doris, bitte wiederholen. Mann am Boden, Mann am Boden. Scharfschütze im Glockenturm. Verdammt, Scharfschütze visiert uns an. Alter, was hat denn der vor Geschütz? Los jetzt. Der Rauch verwirrt schnell. Sprich, ich geh weg. Runter, weg von den Fenstern. Bleibt alle, weg von den Fenstern. Scheiße, ist das hier offen. Willst du erst laufen oder erst gießen? Ich nögle in Tekt. Lauf, Pidget! Ja, ich lauf. Kannst du aber glauben. Lauf, Pidget! Lauf, Pidget! Gibt mir Feuerschutz! Ich lauf los! Feuerschutz! Komm schon, unten auf der Straße kriegt er uns Licht. Komm schon, unten auf der Straße. Schau, fuhren, Dronen. Begelebek! Schoen! Schroen! Ich schreie! Schroen! Schroen! Ich schreie! drinnen erledigt weiter zum scharf schützen jobs for leona ich sehe torres er ist getroffen verstanden bravo ruf einen sanitäter er hat die stinger wir brauchen die stinger los ich hab ihn wichser bravo das konvoi ist vier minuten vom ziel entfernt verstanden bravo unterwegs zum ziel los geht's hier ist der mal mit ihr nur bist denn hallo hartes konvoi ist zwei minuten entfernt verstanden schneide in den weg ab da wir locken ihnen einen hinterhalt bravo hat es kommt verstanden mitschel die ladungen so kommen wir den spiel mal ein ende nun lag mal den typ in die luft so und tschüss du ihr sackgesichter hier wo ist jetzt dieser hades nicht aufgeben wir müssten hartes erwischen vom hocker du sackst das aber und du du lasst sie nicht ich sehe wir sind fast da so jetzt sagt es sich da jetzt kriegt er erstmal eine ladung granaten ins die straßen sind frei gut so achtung mehr kv auf dem weg ja komme her kriege alle granaten ins krieg du bist du du Sack so ist er ja komm mach ihn fertig komm schon Tschüss, du Sack. Das war's mit Hades. Gerade bestätigt. Hades wurde getötet. Wiederhole. Hades wurde getötet. Ions weiß es? Was soll das heißen? Was weiß Ions? Gute Frage. Ja, liebe Leute, was weiß Ions? Kurz vor seinem Tod hat Hades uns einen USB-Stick anscheinend in die Hand gegeben, wo irgendwas drauf ist. Das wissen wir allerdings nicht was. Das werden wir sicher noch rauskriegen. Ja, abgeschlossen. Menschenjagd. Hades ist tot. Seine letzten Worte geben Rätsel auf. Genau wie der Inhalt des Datenträgers, den er ihnen vor seinem Ablegen übergeben hat. Wir haben wieder vier Punkte bekommen und tun natürlich unseren Exoskelett noch ein bisschen verbessern. Letztes Mal haben wir ja Panzerung aufgewertet. Die haben wir jetzt auch voll. Ich würde sagen, wir tun nochmal Widerstand aufwerten, weil wir sterben irgendwie ziemlich oft in den Missionen. Und... Und... Würde ich einfach sagen... Widerstand, Panzerung Widerstand haben wir Vollerkennung. Sprinten, Primärkanon-Batterie. Dann würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, schaltet doch bitte das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Call of Duty Advanced Warfare. Bis die Tage. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020